Über ein Jahr lang mussten die Fans von GZSZ auf Schauspielerin Maria Wedig verzichten. Jetzt kehrt die 40-Jährige wieder zurück. Wie geht es ihr mit dem Comeback nach so langer Zeit, wie vereinbart sie Familie und Beruf und wie geht es mit ihrer Rolle weiter? Im September stand Maria Wedig erstmals nach ihrer Babypause wieder vor der Kamera. Ihr Sohn ist mittlerweile über ein Jahr alt. Im Mai 2023 war ihr langersehntes zweites Kind zur Welt gekommen. Nun will Maria aber auch beruflich wieder durchstarten und ist ab Folge 8151, die RTL, am 19. November um 19.40 Uhr, zeigt, wieder bei GZSZ zu sehen. GZSZ-Rückkehr nach Babypause Der Wiedereinstieg war für die Schauspielerin allerdings gar nicht so leicht. Zwar fühle es sich sehr gut an, wieder zurück am Set zu sein und zu drehen, doch der Anfang war herausfordernd. Die ersten zwei Wochen seien eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen, berichtet sie RTL. Ich war extrem aufgeregt und habe gemerkt, dass mein Gedächtnis anfangs noch nicht so richtig mitspielte. Das hat mich ganz schön gestresst, lacht sie. Aber jetzt läuft alles rund. Auch meinem Sohn geht es gut, er hat sich an die neue Situation gewöhnt. Das hat mir die Wiedereingewöhnung sehr erleichtert, auch wenn er mir natürlich sehr fehlt, wenn ich drehe, berichtet Maria Wedig weiter. Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen, ist auch nach wie vor eine Challenge für die Mama von zwei Kindern. Mein Mann ist beruflich oft unterwegs, und manche Termine ergeben sich spontan, was unsere Planung immer wieder durcheinander wirft. Manchmal geben wir uns praktisch die Klinke in die Hand. Die Kombination aus Alleinsein mit kleinem Kind, schlaflosen Nächten und beruflichen Verpflichtungen ist definitiv eine Herausforderung, die uns beide ziemlich fordert. Aber ich würde sagen, wir meistern das bisher gut, Humor hilft uns dabei sehr, erklärt sie lachend. Nina ist plötzlich verheiratet, mit ihm. In dieser Zeit kann sie sich auch immer auf die Unterstützung des GZSZ-Teams verlassen. Alle schauen nach mir und unterstützen mich, wo es nur geht. Dafür bin ich sehr dankbar, sagt sie. In der Serie hatte sich Maria Wedigs Rolle Nina nach Argentinien verabschiedet, nun kehrt sie in den Kollekiez zurück und sorgt damit für eine große Überraschung. Wird Nina noch die Alte sein oder hat sie sich verändert? Und was ist der Grund für ihre Rückkehr? Maria verrät dazu. Nina arbeitet jetzt für Navarro Industries und kehrt nicht als Angestellte, sondern als Kundin zurück. Das sorgt für eine völlig neue Dynamik zwischen ihr und Katrin. Durch ihre Aufgaben in Argentinien ist Nina gewachsen und hat zur Überraschung aller auch einen neuen Nachnamen mitgebracht. Das bedeutet, Nina hat geheiratet. Und das Spannendste, ihr Mann scheint für GZSZ-Fans kein Unbekannter zu sein. Denn Nina kehrt als Frau Navarro zurück. Pedro Navarro, damals gespielt von Alberto Ruano, war bereits mehrfach bei GZSZ zu sehen. Ob er auch tatsächlich der neue Mann an Ninas Seite ist? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Maria verrät zu Ninas neuer Ehe weiter. Sie scheint sehr glücklich zu sein. Aber wie lange das anhält, bleibt spannend.